Das macht ja Spaß, ich habe immer keinen Stress. Ich glaube, Frieda ist jetzt auch ganz zufrieden. Da ist das Herz, das ist schön. Da bin ich jetzt noch drin. Oh, das ist auch sehr hart. Alle Welpen, soweit ich das beurteilen kann, sind auch vital. Den geht es gut, den geht es allen gut. Das ist wichtig. Wir finden da mal jetzt einfach gar nicht. Schön.